hey everybody ja gerade hatte ich den clip aufgezeichnet für euch dass ja es wichtig ist dass man nicht nur sagt man will dies oder jenes tun oder dass ein irgendwas stört sondern dass man tatsache taten walten lassen muss kann ich sein weil noch bin ich zu hause aber gut und genau darum geht es dann ich habe mich anschließend jetzt gerade noch mit jemanden unterhalten und da ging es halt auch immer an unter anderem um joy mein kleinen hund der ja eine geistige behinderung hat aufgrund einer verengung des kleinhirns was dadurch kam ja weil die hunde alle immer kleiner und kleiner gezüchtet werden und da ist kein platz dann einfach mal im kopf für das ganze was da rein muss und nachdem die klinik damals auch sagte man weiß zwar eben nicht wie alt er wird der kann jeden tag sterben und lily jetzt gerade läufig ist da dachte ich so naja so im grunde wäre es ja schon irgendwie schön einmal babys dann wo joy ja mit papa ist quasi und wenn er tatsache dann sterben sollte habe ich noch ein baby dann von ihnen aber mit dem ich mich unterhalten hatte der mensch meinte halt ja denkt mal drüber nach ich meine kann das dann nicht auch sein dass das auch vererbt wird beziehungsweise dass dann eben die babys die sind auch klein dass sie das auch bekommen und ja darüber habe ich gar nicht so nachgedacht aber es stimmt und dieses risiko möchte ich nicht eingehen für die kleinen von daher habe ich jetzt spontan entschieden jetzt muss ich mich auch beeilen noch zum tierarzt zu fahren und beiden erstmal einen hormonchip quasi zu geben damit das ganze nicht passieren kann so viel zum thema sagen und machen ich habe vorhin schon gesagt ich bin sowieso der typ der macht als nur zu sagen weil sagen und schreiben kann man viel und damit ändert sich nichts man muss tun und in dem sinne bis dann